Der Super-Move Du bist umzingelt, Nudel-Burger-Boy. Du kannst nicht gewinnen. Doch, kann ich. Und das werde ich dank meiner ultimativen Geheimwaffe, den Fett-Cola. Ähm, was macht er da? Und wie lange will er das noch weitermachen? Leute, habt ihr noch nie ein Anime gesehen? Er lädt sich für seinen ultimativen und verbotenen Move auf. Ein Verboten ist wie so macht er denn dann in eurem Kind Sinn? Das muss es auch nicht. Wir müssen nur wissen, dass er so weiter fertig aufgeladen ist, irgendwas super cooles und total gefährliches machen wird. Aber auf jeden Fall super cool. Laut meinem Scan erhöht sich seine Kerntemperatur sehr schnell. Dann sollten wir uns auch aufladen. Ja! Bekämpfen wir Feuer mit Feuer! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020